Vorab möchte ich Ihnen ein paar grundsätzliche Informationen mit auf den Weg geben. Auf dem Treppenliftmarkt finden Sie nur zwei Arten von Systemen, die auch wirklich verwendet werden. Das Einschienen- und das Zweischienensystem. Um zu schauen, welches Schienensystem das beste für Sie ist, benötigen Sie weitere Informationen. Beide Systeme haben natürlich ihre Vorteile sowie Nachteile. Die Basis eines jeden Treppenlüftes ist das Schienensystem. Außerdem sollten Sie ganz genau auf dem verwendeten Antrieb achten. Verwendet das Einrohr- oder das Zweirohr-Schienensystem ein Zahnstangenantrieb, einen Lochstangenantrieb oder einen Traktionsantrieb? Gerade bei der Montage ist darauf zu achten, wie das Ganze verbaut wurde. Denn es geht um Ihre Sicherheit. Es muss sichergestellt werden, dass Sie nach der Montage nirgendwo hängenbleiben können und dass eine sichere Fahrt gewährleistet ist. Alles andere ist vollkommen fahrlässig. Stellen Sie sich Folgendes vor. Durch den Einbau eines Zweirohrsystems können oftmals auch sehr hohe Gewichte transportiert werden. Dies ist besonders praktisch für Nutzer, die bis über 170 Kilo wiegen. Bei diesem Einbau wird ein höherer Materialverbrauch durch Stützen und Rohre verzeichnet. Bietet Ihnen als möglichen Nutzer mit einem erhöhten Gewicht allerdings maximale Flexibilität. Hier können auch Sonderbefestigungen angefragt und montiert werden. Liegt Ihr persönlicher Wunsch aber darin, dass Sie besonders wenig Material auf der Treppe montiert haben möchten und die Schienenführung besonders niedrig sein soll, dann ist meine persönliche Empfehlung für Sie, das Einrohrsystem zu verwenden. Ihr neuer Treppenlift wird dezent im Treppenhaus bzw. auf der Treppe integriert und montiert. Das Einrohrsystem transportiert Sie als Nutzer mit einem Gewicht von bis zu 125 Kilo. Welches System für Sie nun speziell am besten geeignet ist, lässt sich ganz einfach mit unseren erfahrenen Fachberatern klären. Gemeinsam können Sie klären, welche Gegebenheiten bei Ihnen vor Ort zu beachten sind. Gerne können Sie auch in unserem Showroom einen Treppenliftprobe fahren. Des Weiteren gibt es immer die Möglichkeit, wenn dies in Ihrem Zuhause möglich ist, einen Gran Treppenlift auf Probe einzubauen. So können Sie entscheiden, wie Ihnen der Treppenlift gefällt und Ihnen die Nutzung zusagt. Für eine unverbindliche Probefahrt in unserem Showroom oder weitere Fragen zum Thema Treppenlift nutzen Sie einfach unser kostenloses Servicetelefon. So können Sie sicher sein, dass wir den perfekten Treppenlift für Sie und Ihre Bedürfnisse finden. In der Infobox finden Sie weitere Informationen und unsere vollständigen Kontaktdaten. Vielen Dank!